Okay, also nackt und betrunken auf dem Marktplatz rumtoben ist riskant für die Aktie und ich vermute für die Anleihe ist es riskant, nur Gürtel und kein Hosenträger. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Liebe, zu einer weiteren Folge der Serie Unkorreliert durchs Leben. Ant und ich haben uns wieder zusammen gerottet, um euch eine neue Folge mit einer neuen Anlageklasse zu bieten. Ja, erst mal hallo und herzlich willkommen nach Magdeburg. Anton, wie läuft es bei euch? Hier ist irgendwie typisch Hamburg-Wetter, alles grau, wir schwimmen gerade davon. Hoffentlich ist es bei euch im Osten etwas besser. Ja, kann man so sagen. Also wir haben zwar ebenfalls grau, aber ich habe zumindest den Sommer gut überstanden, kann ich dir so bestätigen. Wir waren im Süden, wir waren Kroatien und Montenegro, da hätten wir ein bisschen graues Wetter gebraucht, weil wir da doch sehr am Transpirieren waren, wenn man das so ausdrücken kann. Also von daher finde ich es gar nicht so schlecht, hier mal ein bisschen graues Wetter. Aber es soll jetzt hier kein Wetterbericht aus dem Süden werden, sondern wir schauen uns heute mal eine bestimmte potenziell unkorrelierte Anlageklasse an. Genau, aber bevor wir das machen, weil wir haben uns ja darauf vorbereitet, ich habe mich darauf vorbereitet, du bist ja schon vorbereitet und da bin ich noch über etliche Sachen gestolpert und da würde ich jetzt gerne mal so dieses Prinzip Feuerzangenbowler anwenden. Das stellen wir uns mal ganz dumm. Erstmal ganz grundsätzlich, ich habe mal geguckt, unsere Anlagenklasse ist, das kannst du dir erst mal vorstellen, weil das ist ja deine, du hast sie ja ausgegraben. Also wir reden heute über, tadaa. Wir reden heute über Fixed Income und du darfst gerne mal kritisch fragen, wie sich das abgrenzt. Genau, also Fixed Income ist ja sozusagen, habe ich mal geguckt, eben fixiertes Einkommen. Also letztendlich, ja, ich habe mal in Diepel das dann eingegeben und die schlagen halt alles Mögliche vor, unter anderem festverzinsliche Wertpapiere. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist also sowas wie Tagesgeld, wie eben ja, was festverzinsliches, also ich kriege einfach ein Zinsprodukt sozusagen. Also ein Einnahmestrom wird durch Zinsen generiert und dann habe ich mir natürlich gedacht, bei der Dürre, die wir die letzten Jahre haben und so, wieso kommt jetzt Anton als ausgewiesener Hochdividendenmann oder Renditemann mit sowas ums Eck und dann bin ich ein bisschen in das Kaninchenloch gefallen und brauche jetzt erst mal hier deine Hilfe, um da wieder rauszukommen. Also ich habe festgestellt, es gibt die unterschiedlichsten Geschichten eben, was ein Rating angeht, was alle möglichen Parameter da angeht. Dann habe ich auch irgendwie gelernt, dass man sozusagen ja darüber reden muss, wie die Kapitalstruktur eines Unternehmens ist und all solche Sachen. Vielleicht könntest du da mal einfach ein bisschen einhaken und einfach mal das Thema Fixed Income, also festverzinsliche, ja, ein bisschen beackern. Gerade auch, denn letztendlich, wir wollen ja dann auch in Firmen investieren, die eben diese Anleihen herausgegeben haben, wie so eine Zinsstruktur eines Unternehmens ist, was das überhaupt bedeutet, Kapitalstruktur eines Unternehmens, weil da ist ja dann von Bonds die Rede und von Loans die Rede und von allen möglichen Sachen und dann hat mir dann irgendwann doch sehr der Kopf geschwirrt. Ja, mit den festverzinslichen Wertpapieren lagst du übersetzungstechnisch schon ganz richtig. Fixed Income, das ist so ein ganz großer Überbegriff, so wie Eigenkapitalbeteiligungen. Und zu den Eigenkapitalbeteiligungen fallen Aktien, da fallen aber auch andere Anlagen mit rein bei den Aktien. Und Fixed Income ist eben so ein großer Bereich, der sich durch verschiedene Eigenschaften kennzeichnet. Das ist eben zum einen, dass es Geldwerte sind, also diese Anlagen haben einen Nominalwert in Euro, Dollar, Yen, Pfund ausgedrückt. Da steht drauf, auf so einer Anlage oder Beteiligung 100 Geldeinheiten. Und dann gibt es eine vorab definierte Vergütung dafür. Und das ist der große Unterschied zu den Aktienbeteiligungen oder aktienartigen Beteiligungen. Bei aktienartigen Beteiligungen, da ist die Vergütung im Vorhinein überhaupt nicht klar. Es ist bloß statistisch klar, dass man dort so seine, bei entsprechend passenden Bewertungen, seine 7, 8, 9 Prozent macht. Aber da steht nicht drauf, auf einer Aktie, wir zahlen dir 8 Prozent pro Jahr. Und das ist der große Unterschied im Fixed Income Bereich. Wir haben Geldwerte verschiedener Couleur, die aber alle vorab definiert ihren Ertrag generieren, so es denn nicht zum Default kommt. Da gibt es ganz verschiedene Ausformungen, worüber wir heute ausdrücklich nicht sprechen wollen, sind die vermeintlich sicheren Geldwerte, die wir schon vor kurzem hatten, mit Tagesgeld, Festgeld und Bundesanleihen. Das ist theoretisch alles Fixed Income, aber es fällt nicht in das Spektrum, was wir suchen. Und wir suchen ja Investments, die möglichst aus sich selbst eine aktienartige Rendite haben, aktienartige Renditen aufweisen, nicht stark verwässernd wirken und trotzdem unkorreliert sind, mäßig korreliert sind oder anderweitig ein bereicherndes Profil ins Portfolio bringen. Das suchen wir ja. Und diese Fixed Income Anlagen, abgesehen von Tagesgeld, Festgeld und Bundesanleihen, alles was so ein bisschen anders ist, auch bonitätstechnisch natürlich schlechter ist, wird dann für uns sehr potenziell, sehr interessant, meiner Meinung nach sehr interessant, gerade als Einkommensinvestor. Aber auch für dich, Albert, ist das auf jeden Fall eine Bereicherung. Also wir können jetzt gerne mal ein bisschen genauer ins Detail gehen. Genau. Lass mal erst mal drei Worte definieren. Default, Bond und Loan. Was ist das? Default ist ein wirklich erstmal nachhaltiges, negatives Kreditevent, das nicht nur die Zinszahlung einer Anleihe oder eines Kredits, es kann auch der eigene Privatkredit sein. Wenn ich jetzt Schulden bei Klarna habe, weil ich zu viel geshoppt habe, was ich niemals machen würde, das ist crazy, was da Leute machen. Aber wenn man einen Privatkredit bei Klarna hat und man zahlt nicht nur fünf Tage zu spät seine Rate und seine Zinsen, sondern hat eine substanzielle Verzögerung, dann spricht man von einem Default. Also nicht Pleite. Das heißt nicht Pleite, das heißt einfach nur, dass nachhaltig den Vertragsverpflichtungen nicht nachgekommen wurde. Und das gibt es auch bei Unternehmensanleihen beispielsweise. Da gibt es so eine Grace-Period, so ein paar Tage kann man auch seinen Coupon zu spät zahlen, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist dann nicht der formale Ausfall. Aber wenn man über diese Grace oder diese Schonfrist hinaus seine Zinsen, seinen Zinsverpflichtungen auf seine Anleihe beispielsweise nicht nachkommt, dann spricht man von einem Default. Das heißt aber nicht, dass das Geld weg ist. Man ist bloß noch nicht den Vertragsverpflichtungen nachgekommen. Wenn man diesen Vertragsverpflichtungen nicht nachkommt, dann gibt es natürlich ein Insolvenzverfahren. Im Falle einer Insolvenz gibt es dann natürlich die Liquidierung oder Rückholungsversuche. Es gibt eine Recovery-Masse. Also nicht, weil man einen Default hat, ist das ganze Geld weg, sondern wenn der Emittent abgewickelt ist, dann weiß man, wie viel weg ist. Vielleicht gibt es das ganze Geld zurück, vielleicht nur ein Teil. Statistisch gibt es auch für Asset-Klassen im Fixed-Income-Bereich gewisse Recovery-Raten. Aber da sind wir jetzt schon sehr im Detail. Der Bond ist einfach nur die Anleihe. Das ist ein richtiges Wertpapier, die Anleihe. Also nicht so etwas wie ein Privatkredit. Das ist ja kein handelbares Wertpapier. Anleihe ist letzten Endes ein handelbarer, verbriefter Kredit, könnte man sagen. Und das kann börsennotiert sein, das kann aber auch außerbörslich sein. Und der Loan oder Senior Secured Loan oder wie auch immer, das ist dann das nacktere Darlehen. Da gibt es Unterschiede. Häufig sind Loans variabel verzinst, häufig sind Bonds fix verzinst. Das kann man aber auch nicht hundertprozentig pauschal sagen. Da gibt es auch beides. Also der Loan hat letzten Endes ähnliche Charakteristika wie die Bond. In puncto Sicherheit, wenn man von gleichen Ratings sprechen würde. Aber es ist einfach das nacktere Produkt, was in der Regel auch nur gar nicht handelbar ist. Loan oder nur an speziellen Zweitmärkten handelbar ist. Das sind Kredite praktisch, Loans. Genau. So sind Kredite. Das sind Kredite und je nachdem ist ein Loan, das kann einfach sein, ich gebe deinem Unternehmen einen Kredit, dann wäre das auch schon ein Loan. Es gibt aber auch im ganz, ganz großen Maßstab, im Millionen-, Multimillionenumfang Loans. Und da werden die Kreditforderungen dann teilweise auch an ganz speziellen Märkten sekundär gehandelt. Also da gibt es dann auch sowas wie eine Börsennotiz, obwohl es natürlich an sich keine Börsennotiz ist. Aber wir kommen ja nachher noch auf Produkte, die ja genau sowas machen. Aber da hast du gerade noch zwei weitere Worte verwendet, nämlich nicht nur Loan, sondern Senior Secret Loan. Was ist das denn? Also wenn es Senior gibt, gibt es dann auch Junior? Ja, es gibt Senior und Junior. Und eigentlich, wenn wir uns das Senior Secured Loan ansehen, das sind zwei Begrifflichkeiten, die unterschiedliche Sachen mit sich bringen. Das ist nicht immer zusammen Senior Secured Loan. Senior heißt erstmal, dass ich in der Kapitalstruktur, das ist immer bei der Kapitalstruktur, dass ich da an erster Stelle bin oder zumindest auf den ersten Plätzen bin in der Bedienung des Kapitals. Wenn du jetzt ein Unternehmen... Achso, das hat also nichts damit zu tun, wie alt der ist. Ich dachte, dass die immer als Junior starten und dann irgendwann Senior werden, kurz bevor sie sozusagen zurückgezahlt werden. Nee, nee, das hat was mit der Ranglichkeit zu tun. Ah, der Rangfolge. Wie bei Goldman, da gibt es auch den Senior Analyst und den Junior Analyst. Und der Senior Analyst, der ist vorrangig. Schon länger dabei. Der ist schon... Gut, aber da hat es wirklich was mit der Zeit zu tun im Fall von Goldman Sachs. In der Kapitalstruktur hat das einfach was damit zu tun, wo steht man im Falle einer Liquidation oder wo stehe ich, wenn das Unternehmen gut läuft, wer erhält da an welcher Stelle seine Cashflows, in welcher Rangigkeit. Und Senior ist... Genau, lass uns mal darauf eingehen. Wie ist die Rangigkeit von oben nach unten? Das ist immer gut. Senior ist das oberste, also es gibt streng genommen sogar Supersenior, was Übersenior ist. Supersenior ist Steuerzahlungen. Der Staat ist immer Supersenior. Gibt es Steuerschulden, ist völlig egal, ob da noch eine Bank mitmischt oder ein Kreditgeber. Der kriegt nach dem Staat. Also Staat mit Steuerpflichten oder wenn es Subventionen gab, die zurückgezahlt werden müssen. Das ist Supersenior. Ansonsten, wenn man den Staat mal ausklammern, gibt es Regularsenior und das ist ein normaler Bankkredit, der beispielsweise häufig dann bei einem Unternehmenskredit durch ein Firmengebäude besichert ist. Das ist gängig. Das wäre dann sogar Senior Secured. Ich bin erstrangig in der Kapitalstruktur des Unternehmens, falls das Unternehmen pleite geht und ich bin sogar besichert durchs Firmengebäude, also Secured. Und dann gibt es Senior Unsecured, wenn es nichts gibt, was man hinterlegen könnte für den Kredit oder für die Anleihe. Und dann gibt es Junior Secured, also wenn was pleite geht, erhalte ich nicht als allererstes mein Geld, aber ich habe trotzdem noch eine Besicherung durch eine Maschine. Da gibt es alle möglichen Ausformungen und das liegt daran, dass dieser gesamte Fixed Income Markt ein reiner Vertragsmarkt ist. Die Aktie ist extrem standardisiert. Da gibt es Recht auf Gewinnbeteiligung, da gibt es Recht auf Stimmrecht, je nachdem, aber es ist extrem, extrem standardisiert. Der Fixed Income Markt, du kannst da alles in deine Verträge reinschreiben, was du willst. Du kannst schreiben, bezahlen die Zinsen Libor abhängig oder Euribor oder Eonia abhängig, das sind ja so Orientierungszinssätze. Du kannst reinschreiben, wir setzen aus, wenn wir keine Umsätze mehr machen. Das wäre auch noch Fixed Income. Letzten Endes, wieso gibt es überhaupt diesen Fixed Income Markt? Wenn wir jetzt über diese ganzen Möglichkeiten sprechen, Fixed Income Markt gibt es, weil es zum einen das Interesse von Investoren gibt, vorrangig zu investieren, vorrangig vor Aktionären. Viele Investoren sind nicht gewillt, Aktien, Unternehmensrisiken in voller Höhe mitzutragen. Und gleichzeitig gibt es extrem viele Organisationen, Unternehmen, Staaten, Privatpersonen, Familien, die Kapital benötigen, die aber nicht alles aus Eigenmitteln finanzieren können und sich dann einen Kredit besorgen, eine Anleihe ausgeben. Und so findet man dann zusammen. Und das kann interessante Eigenschaften bieten. Nur um die Pyramide nochmal zu Ende zu machen, also ganz unten steht dann also die Aktien. Genau, es gibt den Senior Secured oder einfach nur Senior, dann gibt es Junior, Nachrang Anleihe könnte man sagen. Dann würde theoretisch sowas stehen wie eine Preferred Share, also Eigenkapital, aber vorrangig bedient. Die Preferred Share wird vor den Aktien bedient, ist eben Methanine Zwischenkapital. Preferred Share wäre nach der Junior und ganz unten wäre dann super nachrangig die Aktie. Also es ist vielen gar nicht bewusst, wie weit hinten sie stehen in der Rangfolge der Kapitalbedienung. Und deswegen, wenn ein Unternehmen insolvent geht, gehen Aktionäre auch meist mit Null aus. Weil da kommt erst der Staat mit seinen Steuerzahlungen, da kommt Senior, Junior, vielleicht eine Preferred Share. Es ist unwahrscheinlich, dass man dann noch was als Aktionär behält. Ich kann sagen, du hast beim Staat ja die Steuer gesagt, aber die ganzen Sozialabgaben, die man schuldet, die sind ja eigentlich noch super, super, super Senior. Die sind ja noch vor den Steuern fast. Ist auch super Senior. Okay, also dann haben wir jetzt ja grundsätzlich mal verstanden, sozusagen, über die Kapitalstruktur, Unterschied von Loans und Bonds gesprochen. Ach ja, eine Sache habe ich hier noch, ein Wort habe ich noch für dich. Kannst du dich zum Wort Credit Spread mal äußern? Und das kam mir auch total oft unter. Was ist dieser ominöse Credit Spread? Ja, über den wird viel gesprochen und eigentlich gibt es auch nicht den einen Credit Spread. Das kann zum einen sein, also Credit Spread erstmal wortwörtlich, zielt darauf ab, eine Zinsdifferenz zu beschreiben. Zwischen verschiedenen Anlageklassen und daraus lassen sich verschiedene Schlussfolgerungen ziehen. Ein Credit Spread kann sein, wie wird eine AAA Anleihe verzinst, wie wird eine BBB, also auch noch Investment Grade Anleihe verzinst. Und das ist bei gleicher Laufzeit, das kann ein Credit Spread sein. Das ist beispielsweise ein Risikoindikator. Wenn die auch noch sehr sichere Investment Grade Anleihe, Dreifach B, wenn die plötzlich deutlich mehr Zinsen bietet als die AAA, das spricht für Stress im Markt. Das kann ein Credit Spread sein. Da wird dann über ausweitende Credit Spreads gesprochen. Es kann aber auch sein, der Unterschied zwischen BBB und Doppel B. Weil Doppel B fällt erheblich öfter aus als Triple B. Triple B klingt zwar so schlecht, weil es nicht mehr A ist, aber eigentlich ist es noch extremst sicher. Triple B, jetzt im Vergleich zu Aktien gewinnen, die mega unsicher sind, wenn wir mal einen Einzelwert anschauen. Aktien sind ja nur durch die große Zahl interessant, weil ich es immer wieder mache und dann habe ich einfach einen wahrscheinlichen Wert, dass ich meine 7-8% breit diversifiziert mache. Eine einzelne Triple B Anleihe ist extrem sicher, muss man schon so sagen. Im Vergleich zu einer BMW Aktie, wo man überhaupt nicht weiß, was da rauskommt. Aber die Doppel B Anleihe, die ist schon wesentlich riskanter, fällt ein Vielfaches häufiger aus im Crash. Und deswegen muss die natürlich höhere Zinsen bieten. Und wenn die Zinsen bei Doppel B eben in die Höhe schießen und bei Triple B nur marginal, dann würde sich der Spread, die Zinsdifferenz ausweiten. Und das ist auch ein Indikator für Stress. Und diese Differenzen zwischen den eher riskanteren Fixed Income Anlagen, riskant muss man immer so ein bisschen in Anführungszeichen setzen im Fixed Income Markt, weil es ein sicherheitsorientierter Markt ist. Da wird sehr viel schon als riskant bezeichnet. Diese Differenzen aus den eher unsicheren Assets und den eher sicheren Assets, das ist so eine Zinsdifferenz. Und die vor allem weniger sicheren Assets, die sind für uns interessant, weil sie aktienähnliche Renditen bieten. Also 5% plus, aber sich nicht gleichlaufend entwickeln wie Aktien. Gar nicht gleichlaufend aus Sicht der Ausschüttungen, also der Coupons. Da haben sie eine ganz eigene Zyklik, weil es stark vom Zinsniveau beeinflusst. Und auch kurstechnisch haben sie eben keine 1 zu 1 gleiche Entwicklung. Das ist ja für dich der entscheidende Faktor. Das können wir uns jetzt auch gerne nochmal ein bisschen genauer diskutieren, den Punkt. Aber wenn man es sich ganz genau ansieht, ist zahlungstechnisch eine hohe Unkorreliertheit feststellbar. Deswegen ist es für mich als Einkommensinvestor eine schöne Depoergänzung. Und auch kurstechnisch, wenn einem die kurstechnische Unkorreliertheit wichtig ist, kann es bereichernd wirken. Auch wenn man jetzt natürlich nicht so komplett unkorreliert ist wie in der Dax & Water. Das hat einfach wenig, Dax & Water hat einfach fast nichts mit der Weltwirtschaft zu tun. Der High-Yield-Anleihenkorb, der Hochzins-Anleihenkorb, der hat natürlich schon was mit der Weltwirtschaft zu tun. Aber da können wir gerne mehr ins Detail gehen. Genau, also okay, ich nehme also mit, dieses Credit Spread bezeichnet einfach nur, ich habe eine untere und eine obere Grenze. Ich suche mir irgendwas aus, vergleiche ich mit Tagesgeld oder ich vergleiche dies mit jenem und die Differenz da, da kann ich da meine Schlüsse draus ziehen. Okay, jetzt kommen wir zum nächsten großen Punkt, was man ja auch immer hört. Da wird ja mal wichtig rum erzählt. Ja, dann haben wir das Zinsänderungsrisiko und am langen Ende und am kurzen Ende. Was soll das denn schon wieder? Zinsänderungsrisiko? Und das lange und das kurze Ende. Das lange und das kurze Ende. Es gibt ja verschiedene Laufzeiten bei Fixed Income Anlagen. Es gibt, also das Kürzeste, was man machen kann, ist das Tagesgeld. Da hast du Zinsänderungsrisiko gleich null, weil du machst ja im besten Fall den Geldmarktzins. Wenn du ein gutes Tagesgeld hättest, dann hättest du den Geldmarktzins und da hast du bei täglicher Fälligkeit kein Zinsänderungsrisiko, weil du könntest ja das Geld abziehen, jeden Tag uns zum neuen aktuellen Zins investieren. Kein Zinsänderungsrisiko, wenn du ein Tagesgeld oder eine Geldmarktanlage hast, sag ich mal. Aber ich habe ja schon ein Zinsänderungsrisiko. Wenn der Zins dann runter geht, dann ja, du sagst, dann kann ich zum neuen Zins investieren, aber da ist er dann niedriger als der alte Zins. Also wenn der Zins beim Tagesgeld morgen niedriger ist als heute, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die Kröte zu schlucken. Also habe ich ja schon ein Zinsänderungsrisiko, weil wenn ich dann weiter im Tagesgeld bleibe, muss ich halt diesen niedrigen Zins akzeptieren. Das ist das pragmatische Zinsänderungsrisiko. Das tatsächliche Zinsänderungsrisiko ist aber, dass es sein kann, dass mein Zins in einem Jahr viel höher ist und ich mich jetzt festnagele auf einen vergleichsweise niedrigen Zinssatz. Das ist das akademische Zinsänderungsrisiko, dass man, wenn man sich jetzt festlegt auf eine 10-jährige Anleihe und zwischendurch steigen die Zinsen extrem, dann habe ich mir ja die niedrigen Zinsen für 10 Jahre eingeloggt und kann nicht von den gestiegenen Zinsen profitieren. Das ist das Zinsänderungsrisiko. Das ist doch gar nicht akademisch. In der Verwandtschaft haben wir jetzt zwei so Leute, denen ich gesagt habe, mein Gott, mit eurem Geld, jetzt lasst du doch auf dem Girokonto rumliegen. Nein, nein, da musste dreijähriges Tagesgeld abgeschlossen werden, so 0, irgendwas. Und dann, weißt du, dann kamen die ganzen Zinsanstiege von den Amerikanern der EZB und jetzt haben sie halt auf drei Jahre bei irgendeiner Autobahn sensationelle 0,3%. Genau, das ist astreines Zinsänderungsrisiko. Da ärgert man sich beim Festgeld und bei der Anleihe hast du einen fetten Kursverlust drinstehen aufgrund des Zinsänderungsrisikos. Und da gibt es eben ganz verschiedene Laufzeiten. Tagesgeld wäre eine Fixed Income Anlage oder Geldmarktfonds wäre eine Fixed Income Anlage mit nahem Nullzinsänderungsrisiko und Preferred Share oder ewige Anleihe, das wäre maximales Zinsänderungsrisiko, wenn meine ewige Anleihe einen festen Coupon hat. Es gibt ewige Anleihen, die 7% zahlen. Kannst du dir vorstellen, wie die gelaufen sind nach dem Zinsanstieg? Also Zinsdifferenz multipliziert mit unendlich. Es hat nicht zu unendlichen Kursverlusten geführt, weil die Marktteilnehmer ja auch wissen, dass irgendwann die Zinsen wieder zurückkommen. Aber je länger ich mich auf so einen Zins festnagel, desto höher ist mein Risiko, wenn die Zinsen dann doch mal steigen, ist natürlich auch eine Zinsänderungschance. Wenn die Zinsen fallen, steigen meine solchen Assets. Okay, aber das ist dann das lange und das kurze Ende, wenn man immer so das hört. Also das kurze Ende ist halt Tagesgeld, also einfach das Zeitliche ist damit gemeint. Und das lange Ende ist halt eben dann wie 50, 100 oder ewige Anleihe sozusagen. Okay, dann habe ich das auch verstanden. Gut, weil dieses Zinsänderungsrisiko, das ist ja das, wo wir ja diskutiert haben, ja auch im Vorfeld eben. Ich frage mich halt sozusagen, jetzt polemisch gesagt, ich nehme jetzt eine Hochzinsanleihe, ja, also eben jetzt keine Supersichere, sondern eine, die halt unseren Renditevorstellungen genügt. Und jetzt habe ich die. Und was man ja immer wieder sieht ist, wenn es jetzt schlecht geht, wie du sagst, ich meine, die Anleihe nimmt ja doch irgendwie am allgemeinen Wirtschaftsumfeld teil. Und wenn dieser Flucht in die Qualität ist, wie wir es ja gesehen haben, jetzt gerade Corona, aber auch letztes Jahr waren ja die Anleihen auch ganz furchtbar runtergeprügelt, dann stürzen diese Hochzinsanleihen sehr solide ab. Und wenn es dann wieder nach oben geht und die Aktien wieder nach oben klettern, dann sagt die Anleihe, na, ich bin halt nur eine Anleihe und du kriegst halt, wie wir das am Anfang hatten, deinen festen Coupon. Und dann frage ich mich sozusagen jetzt als Laie, der, muss ich auch offen zugeben, sowieso, wie soll ich sagen, ja, hoch, also als guter Deutscher bin ich natürlich mit Bundesschatzbriefen und Zinsprodukten groß geworden. Und irgendwann sozusagen habe ich da vielleicht auch eine zu starke Abneigung gegen entwickelt, gegen Zinsprodukte, weil die irgendwie für mich so die Renditekastrierer waren. Und jetzt sehe ich halt bei den Hochzinsanleihen auf der guten Seite sagen sie, na, ich steige jetzt nicht mit den Aktien mit, weil ich bin bloß Anleihe. Und wenn es halt nach unten geht, dann sagen sie, ich bin aber Hochzins und Junk und stürze ab wie die Aktie. Ob man da nicht dann letztendlich das Schlechteste aus beiden Welten hat. In den letzten 15 Jahren würde ich dir da sogar recht geben, Albert, was diesen Ersteindruck angeht. Es gab ja teilweise negativ verzinste High-Yield-Bonds. Also Anleihen, also auf der kurzen Frist, die wurden dann als Geldmarktersatz genutzt, weil man sich gedacht hat, in den nächsten drei Monaten geht die Welt ja nicht unter, dann werden sie schon irgendwie refinanzieren. Und dann gab es einen Mini-Negativzins auf eine substanziell riskante Anleihe. Also kurz gesagt, die letzten 15 Jahre roundabout waren die Zinsen niedrig und die Risiken trotzdem substanziell. Wenn wir von riskant sprechen, riskant ist so ein bisschen, das sind unterschiedliche Begriffe bei Aktien und Anleihen. Riskant ist bei einer Aktie eine GameStop zu kaufen oder eine Tesla zum KGV 100. Das ist in der Aktionärssprache riskant. Okay, also nackt und betrunken auf dem Marktplatz rumtoben ist riskant für die Aktie und ich vermute, für die Anleihe ist es riskant, nur Gürtel und kein Hosenträger. Genau, 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 genau. Weil das ist exakt der Unterschied. Bei der Anleihe ist schon riskant, obwohl ich ein super stabiles Geschäftsmodell mit meinetwegen sicheren Cashflows die nächsten 5 Jahre habe, da ist es schon riskant, wenn ich über 50% Fremdkapital finanziert bin. Es kann alles super laufen, stabiles Geschäftsmodell, aber eben eine etwas höhere Verschuldungsquote. Und das ist dann schon im Anleihensprech oder im Fixed Income-Sprech riskant. Das ist auch verständlich, diese Denkweise, weil ich habe ja keine Upside, aber wenn das Risiko sich manifestiert, dann ist Mist. Deswegen sind alle sehr risikoparanoid, könnte man schon sagen. Ich habe ja keine Upside, deswegen muss man auch so sein. Aber wenn man von riskanten Anleihen spricht, das ist ein anderes Kaliber als riskante Aktien. Riskante Aktien kriegen in der Regel gar keine Anleihen mehr emittiert, bei wirklich riskanten Junk-Aktien. Viele wissen ja gar nicht, dass sie ihre geliebten Aktien, die sie im Depot haben, dass das alles Junk-Anleihen-Emittenten sind. Junk-Anleihen, die sind ja vorrangig vor den Aktien. Also sie sind eigentlich auch viel riskanter im Depot, als die angeblich so riskanten Junk-Anleihen. Und die Kupfervögel lachen sich sowieso über alles kaputt und sagen, ihr mit euren komischen Schwankungen, alles was unter 90% schwankt, ist doch eh nie riskant. Ja, also man muss die Begrifflichkeiten und Wertungen, da muss man so ein bisschen aufpassen. Aber nochmal, die letzten 15 Jahre gebe ich dir völlig recht, Zinsen waren niedrig. Trotzdem hatten Junk-Bonds oder einfach mal High-Yield-Anleihen-Junk-Bonds, das ist schon so abwertend. Hatten High-Yield-Hoch-Zins-Anleihen von riskanteren Emittenten. Die hatten ähnliche Risiken wie schon immer, ähnliche vergleichbare Risiken wie immer. Zinsen waren aber mega niedrig. Heißt, ich habe teilweise Negativzinsen auf riskante Anleihen bekommen. Ich habe teilweise nur so 2-3% auf sehr hoch verschuldete Unternehmen bekommen. Also es war keine gute Anlageklasse die letzten 15 Jahre. Ja gut, das ist aber auch Frist- oder Stirbmarkt. Ich meine, wenn ich halt dann irgendwas noch haben muss, um Cashflow zu generieren und mir die Staatsanleihe oder die Treasuries, also die deutschen Staatsanleihen oder die US-Treasuries halt wirklich 0, irgendwas abliefern oder so an Rendite, dann bin ich ja fast, also gezwungen ist natürlich niemand, ich weiß, aber wenn du halt Verpflichtungen hast, Cashflow zu generieren, weil du zum Beispiel irgendein Pensionsfonds bist oder irgendwie einfach Cashflow generieren musst eben, dann war es dir auch gekniffen. Ich meine, was solltest du dann machen? Genau. Es gab natürlich auch im Fixed-Income-Markt noch so ein paar kleine Fluchtorte, wo man auch jetzt mehr als nur 3% generieren konnte. Aber im klassischen Standard-Index auf Hochzinsanleihen war die letzten 15 Jahre nicht attraktiv, weil relativ hohe Schwankungen bei relativ wenig Ertrag. Nach vorne gerichtet sieht die Geschichte komplett anders aus. Ich habe jetzt schon hohes Zinsniveau und on top kommt natürlich der ganze Risikoaufschlag, weil es keine sicheren Emittenten sind, sondern etwas riskantere Emittenten, sodass ich im Fixed-Income-Markt, den ich unkorreliert income-seitig attraktiv finde, da kann ich zwischen 6 und 14% an Coupon-Rendite machen. Davon muss ich statistisch erwartet einfach was abziehen, weil da fällt immer mal wieder was aus. Bei High-Yield-Anleihen haben wir so Roundabout, also Doppel-B, Einfach-B, so ein Mix davon beispielsweise, habe ich so statistisch erwartet 2% formalen Default pro Jahr. Davon habe ich eine Recovery, das heißt, es fehlen mir so gut 1% pro Jahr, was ich einfach mental an der Renditeerwartung schon mal abziehen muss. Also wenn es 9% macht, rechne ich intern mit 8%, fertig. Rechne mal mit 8% und Nachkosten mit 7%. Lass uns einfach mal so rechnen. Da sind wir bei einer Anlageklasse, die nach vorne gerechnet 7% abwirft, die zahlungstechnisch substanziell unkorreliert ist. Zahlungstechnisch substanziell unkorreliert, weil auch wenn es Junk-Unternehmen sind, die Zinszahlungen sind sehr, sehr sicher in der Krise. Es fallen ja in der Krise vielleicht 5% aus im Krisenjahr 2020, dann sinken meine Zahlungen um 5%. Dividenden, die setzen, Dividendenaktien, die fallen mal komplett aus. Wenn man es vernünftig macht, sinken sie nur ein bisschen. Aber im Shutdown-Crash 15, 20% Zahlungsrückgang war ja jetzt keine Besonderheit. Also es ist ein Riesenunterschied Income-seitig. Mir fallen 5% der Anleihen aus, habe ich immer noch 95% des Incomes. Bei Anleihen fällt das Einkommen, der Barertrag mal um 25%. Also zahlungstechnisch stark unkorreliert. Auch deshalb, weil ich dann häufig im Crash eine Zinssenkung habe. Heißt, in 2021 hat sich dann langsam bei den High-Yield-Anleihen die Zinssenkung eingeschlichen. Also der Fonds, der rotiert ja die ganze Zeit die Anleihen. Die alten laufen aus, kauft sich neue, meist niedriger verzinste Anleihen dann rein. Heißt, nach 2020 sind dann die Zinsen gesunken. Im Dividendenaktienbereich sind ja die Dividenden nach 2020 wieder gestiegen. Heißt, 2021, Dividenden gehen hoch. Im Anleihenbereich Zinsen gehen runter. Gegenläufige Entwicklung. Jetzt haben wir eine gleichlaufende Entwicklung. Aber zahlungstechnisch substanziell unkorreliert. Im Crash meistens noch sehr sichere Zahlungen. Und nach dem Crash häufig dann relativ entkoppelt. Also für mich sehr interessant. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wir haben ja gesagt, so nach Kosten und Ausfall 7%, sagen wir einfach mal. Dann habe ich ja trotzdem auch für dich und jetzt kurstechnisch orientiert unkorrelierte Investoren, habe ich trotzdem deutlich niedrigeren Maximum-Drawdown. Je nachdem, also ja, wenn man sich die Produkte ansieht, die ich auch mitgebracht habe, die fallen natürlich im Shutdown-Crash. Aber wenn man mal sieht, Aktien auf breiter Front im Shutdown-Crash 35% gefallen. So roundabout. Manches mehr, manches weniger. Manches 40%, manches nur 30%. Roundabout 35%. High Yield Anleihen, die sind so im Schnitt 25% gefallen. 24%. Also das ist natürlich, es geht nach unten, ist blöd. Aber es ist schon ein Unterschied. 10% weniger Drawdown, beziehungsweise... Ja, aber wenn ich Gürtel- und Hosenträger-Mensch bin, wie soll ich sagen, verstehst du, wenn ich sowieso so ein YOLO-Typ bin, vielleicht... Also was ich ja noch festgestellt habe, ich glaube, meine Spekulation ist, oder meine Erfahrung ist, 35% für einen Aktienmenschen sind weniger schlimm als 25% für einen Anleihentypen. Weil die Anleihentypen eben so Gürtel- und Hosenträger-Typen sind, sind die... Also ich hatte ja schon Leute, die wegen 5% einfach die Segel gestrichen haben, ja. Das ist rational halt nicht mehr erklärbar. Also ich gehe total mit mit dem, was du sagst, was die Prozente angeht. Ich frage mich halt, ob die bei der Zielgruppe sozusagen nur unterschiedlich stark einschlagen und unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Na gut, wir wollen das Ding ja nicht pur fahren, sondern als Beimischung sozusagen. Genau, also wir reden hier davon, im risikobehafteten Teil eine gute, ergänzende Charakteristik reinzubekommen. Davon reden wir. Wir reden hier nicht davon, dass Hochzinsanleihen, das neue Festgeld oder Tagesgeld... Nein, 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 das kriegt der Stabilitätsanker des Weltportfolios. Genau, und wenn man sowieso bei 5% Drawdown ausflippt, dann braucht die Person auch unsere restliche Reihe hier eigentlich nicht verfolgen. Aber wenn man sagt, man möchte auch kurstechnisch einfach nochmal ein bisschen anders laufen, vielleicht ein bisschen abgemildert sein, dann kann ich mir mit High Yield Anleihen als Beispiel eine ähnliche Renditeerwartung, 7%, nach vorne reinholen, nicht nennenswert renditeverwässernd und habe aber weniger Drawdown, 25 statt 35%. Und auch, das ist ein Crash-Szenario. Und alles, was nicht Crash-Szenario ist, hat man sogar ein sehr interessantes Kursprofil, wo Aktien mal fallen, Anleihen steigen. Also alles, was nicht Crash ist, ist relativ unkorreliert. Also da hat man, weil im Nicht-Crash ist es sehr zinsgetrieben, das Ganze. Da steigen und fallen die Anleihen, je nachdem, wie sich die Zinsen entwickeln. Also klar, es ist im Risiko behafteten Teil, aber weniger Maximum Jordan und wenn man es clever macht, auch weniger Time-Underwater-Risiko. Weil sobald der Markt merkt, hey, kein substanzielles Ausfallrisiko, dann gehen die Aktien wieder hoch. Oder zumindest wieder, gehen die Anleihen wieder hoch. Und wenn nicht auf 100%, dann auf 95%. Aktien, da kann es sein, wie ich es in europäischen Aktienmärkten schon hatte, das kann man sich ja aktuell nicht vorstellen, aber in europäischen Aktienmärkten, Italien oder so, da habe ich 15 Jahre meine alten Hochs nicht gesehen. Heißt, ich kann ewige Time-Underwater haben mit Aktien. Aber bei Anleihen, solange kein substanzielles Ausfallrisiko besteht, gehen die auch relativ schnell wieder hoch. Und das finde ich als Ergänzung, wenn man kurswertorientiert ist, auch sehr interessant. Aber da rede ich mal so von 10% im risikobehafteten Teil als Beispiel. Aber nochmal ganz kurz zurück, wenn du sagst, so nach vorne raus gesehen, also mit die Zukunft betrachtet. Also du gehst dann schon davon aus, weil das ja so zinsgetrieben ist, dass die EZB oder auch die Vereinigten Staaten von Amerika, die FED, ihre Zinsen so lassen oder sogar noch steigen, aber nicht substanziell wieder senken. Weil dann kommen wir ja wieder in dieses Zeug zurück, was wir die letzten 15 Jahre mitgemacht haben. Also das ist ja schon irgendwie eine zwingende Voraussetzung, dann habe ich das falsch verstanden. Ja, es kommt natürlich sehr darauf an, wie sich die Inflation entwickelt. Angenommen, wir haben jetzt ewig hohe Inflation, dann können auch ewig die Zinsen hoch sein. Das funktioniert ja dann. Da kann auch der Staat dann seine ganzen Bundesanleihen hoch verzinsen. Aber wenn ich einfach mehr Inflation habe, dann ist ja immer noch ein guter Deal für den Staat. Der entschuldet sich auf Kosten der Gläubiger. Ja, du hast natürlich recht. Wenn ich jetzt nach vorne gesehen wieder sinkende Zinsen, stark sinkende Zinsen habe, wird das Profil wieder ein kleines bisschen weniger attraktiv. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, den ich auch vorhin angesprochen hatte. Es gibt eben im Fixed Income Markt nicht nur börsennotierte High Yield Anleihen, wo dann diese Umschichtungssachen stattfinden, die du angesprochen hast. Dass Anleger sich sagen, ich brauche meine 3%, ich habe es versprochen als Pensionskasse, dann schichte ich jetzt liquide halt in den High Yield Markt um und da sinken die Zinsen. Es gibt eben auch Märkte, da wird nicht so einfach Geld reingeschoben und da bleiben die Zinsen auch in dem Niedrigzinsumfeld relativ hoch, weil es ja nicht unriskant ist. Das können Senior Loans sein, das kann aber auch Private Debt sein. Beides ist nicht so liquide, dass man einfach das Geld da rüber schieben kann für die Pensionskasten und du kriegst es auch nicht direkt wieder in Staatsanleihen rüber geschoben. Heißt, in solchen nicht ganz so liquiden Märkten, da bleiben Zinsen attraktiv. Auch im Negativ- und Nullzinsumfeld gab es ein Private Debt 2020 oder 2019 oder 2018, da gab es da 7, 8, 9%. Es sind ja auch nicht unriskante Emittenten, aber muss man auch sagen, wenn man sich 2019 im Null-Negativzinsumfeld, wenn man da versucht hat, sich als mittelständisches, gut aufgestelltes Unternehmen einen Kredit zu besorgen bei der Sparkasse, da ist man nicht selten, was ich so gehört habe, mit weniger als 10% rausgegangen. Null-Negativzinsumfeld und ich habe trotzdem als normal, solide aufgestelltes, mittelständisches Unternehmen, hohe Zinsen, gezahlt, weil das mittelständische Unternehmen hier aus Magdeburg, das kann nicht an die Börse gehen, dort eine Anleihe emittieren und dort einen niedrigen Zinsen profitieren. Dafür bräuchte es vielleicht ein Rating, das wäre viel zu teuer für so ein kleines Unternehmen, sich hier S&P antanzen zu lassen nach Magdeburg. Und dann ist man gezwungen, hier an der örtlichen Sparkasse recht hohe Zinsen zu zahlen, um überhaupt Kapital zu bekommen. Und das, das haben sich viele, ja, kleinere Investoren, kleinere Fonds zunutze gemacht und angenommen im High-Yield-Markt sinken die Zinsen wieder im High-Yield-Bond-Bereich, im Ganz-Liquiden, dann gibt es immer noch viele Märkte, die nicht überschwemmt werden von Liquidität, nicht überschwemmt werden können. Und da gab es Zinsen auch im letzten Jahrzehnt und da wird es nach vorne auch immer Zinsen geben.